Eine große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit, das ist ein geschwätzter Schweinepfaff. Mitleid ist eine Ursünde, ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verraten gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße. Ich rufe von der Die Aufein. Ich rufe von der Untertitelung des ZDF, 2020